Herzlich willkommen Crypto-Freunde. Im heutigen Video möchte ich euch mal wieder ein richtig interessantes NFT-Projekt vorstellen. Ich bin hier auf ein Play-to-Earn-Game gestoßen, das extrem an Mario Kart erinnert. Heute geht es um Kitty Inu und das sieht meiner Meinung nach richtig interessant aus. Wenn ihr keine Crypto-Videos mehr über NFTs, Play-to-Earn-Games oder allgemein auch Crypto-Nits mehr verpassen möchtet, abonniert meinen YouTube-Channel. Ich freue mich wirklich über euren Support. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mal im Discord beitretet. Hier unterhalten wir uns auch über verschiedene NFT-Games. Ihr könnt mir auch gerne was vorstellen. Ich schaue mir das dann auch mal für euch an. Aber jetzt kommen wir mal zum heutigen Video und zwar geht es heute, wie schon erwähnt, um Kitty Inu. Ich bin jetzt hier auf der offiziellen Webseite und ihr könnt hier direkt am Anfang schon mal sehen, wie schön das eigentlich gemacht ist. Es gibt natürlich auch in diesem Game wieder eine In-Game-Währung. Diese In-Game-Währung nennt sich Kitty. Kitty ist dann quasi der native Token, der verdient wird, wenn ihr hier Games gewinnt. Und das Besondere an Kitty Inu ist, es ist natürlich auch wieder ein NFT-basiertes Game. Es gibt eine Play-to-Earn-Variante, aber auch eine Free-to-Play-Variante. Wir sind auch hier wieder extrem early dabei. Es ist noch nicht mal ein Mint-Datum für die NFTs bekannt. Insgesamt wird es 10.000 dieser NFTs geben, mit denen ihr dann letztendlich spielen könnt. Und die NFTs werden dann auch in 3D gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass die richtig cool aussehen werden. Kitty Inu wird auf der Ethereum-Blockchain laufen. Und man wird hier quasi mit Karts ähnlich wie bei Mario Kart früher eben fahren, um dann letztendlich den Kitty Inu-Token zu verdienen. Es wird dann auch hier wieder einen Marketplace geben. Aber schauen wir uns doch erstmal hier so einen offiziellen Trailer an. Also ich finde, das ist richtig schön gemacht grafisch. Es erinnert, wie gesagt, sehr an Mario Kart. Ihr fahrt dann hier mit euren NFTs eben über eine gewisse Rennstrecke, gegen andere dann letztendlich auch. Das war jetzt bewusst erstmal ein ganz kurzer Einblick nur. Wir können mal kurz auf die Twitter-Seite schauen. Aktuell haben wir 15.800 Follower hier. Und ihr könnt jetzt hier auch mal sehen, wenn ihr hier mal weiter scrollt. Da könnt ihr auch nochmal zum Beispiel eine andere Map sehen. Könnt ihr euch mal in Ruhe anschauen, wenn ihr Interesse habt. Was auch sehr interessant ist, die Beta wird momentan getestet. Oder hier könnt ihr zum Beispiel so einen kleinen Sneak-Peak sehen. Das ist dann wieder eine andere Karte, auf der man fahren kann. Also schaut euch ruhig auch mal die Twitter-Seite an. Ich verlinke es euch wie immer in der Videobeschreibung. Hier sind echt auch einige interessante Infos dabei. Hier bin ich jetzt im offiziellen Discord von Kitty Inu. Ihr könnt jetzt hier sehen, diese Meldung kam beispielsweise erst heute Nacht um 0.29 Uhr. Hier kam eben die Info, dass diese 10.000 NFT-Avatare demnächst rausgegeben werden. Natürlich wird es auch hier wieder eine Whitelist geben. Der Stand von letzter Nacht war wohl, dass es ungefähr 245 Dollar sind, die momentan investiert sein müssen. Damit man unter den ersten 3.000 Haltern ist, die eben am meisten von diesen Token halten. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal. Tretet gerne auch meinem CryptoMeCash Discord bei. Wir werden uns mit Sicherheit auch in naher Zukunft über dieses Projekt noch weiter unterhalten. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück auf die Webseite von Kitty Inu. Wir können uns hier jetzt mal die Tokenverteilung anschauen. Und zwar werden 46% für die dezentrale Börsenliquidität zurückgehalten. Der Kitty Token ist derzeit sowohl bei Uniswap als auch bei Pancakeswap erhältlich. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was kostet momentan überhaupt so ein Kitty Inu Token. Ich habe den uns bei CoinMarketCap mal rausgesucht. Aktuell kostet ein Token 0,00002396 Dollar. Im 24-Stunden-Chart sehen wir gerade einen Anstieg von 6,85%. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, der Token würde tatsächlich schon am 25.10. gelistet. Das ist eine ganz normale Phase, wenn ein Token neu auf den Markt kommt. Hier findet dann auch einfach wieder ein enormer Abverkauf statt. Meine Einschätzung ist es, dass der Token jetzt erstmal stabil bleiben wird für eine Zeit lang. Und wenn dann richtig gute News kommen, wie beispielsweise die NFT-Kollektion, ein genaues Datum auch, dann würde der Token letztendlich auch wieder nach oben schießen. Davon gehe ich zumindest aus. Natürlich kommt es dann hier auch enorm auf die Arbeit vom Team an. Aber was ich so bis jetzt sehe, gefällt mir das Ganze richtig gut. Hier steckt richtig viel Liebe im Detail drin. Und für solche Projekte interessieren wir uns doch alle. Hier habe ich jetzt auch mal noch Pancakeswap geöffnet. Ihr könnt dann hier diesen Token, wie gesagt, erwerben. Tauscht einfach die Währung, die ihr dann in eurer Metamask habt, gegen diesen KIDDI-Token und dann habt ihr ihn in eurer Wallet. 28% des Gesamtangebots sind an das Team Finance gebunden. Hier will man einfach für Liquiditätsbereitstellung sorgen. Die Token dürfen hier nur verwendet werden, um einer CEX das Notwendige zur Verfügung zu stellen. Diese Token sind dann letztendlich auch nicht im Umlauf. Falls hier zu viele zurückgehalten wurden, werden diese dann letztendlich verbrannt. Um einen wirklich fairen Start zu ermöglichen und Frontrunning an den dezentralen Börsen zu verhindern, sind in unserem Token Smart Contract zwei Antibot-Maßnahmen implementiert. Die erste ist eine hartcodierte Liste mit 28 Adressen, die bekanntermaßen mit automatisierten Kaufen-Verkaufen in Verbindung stehen. Und die zweite Maßnahme ist eine Funktion, die es besagt, dass wenn eine einzelne Wallet-Adresse zwei Transaktionen im selben Block an den Vertrag sendet, diese zur Liste der Adressen hinzugefügt würden, die den Token nicht mehr verkaufen oder übertragen können. Die Token sollten dann letztendlich als verbrannt betrachtet werden, da sie weder verkauft noch bewegt werden können. Also man versucht quasi dadurch, den Token stabil zu halten. Und 14% wurden direkt vom Entwicklungsteam geburnt. Unter bestimmten Umständen stellte das Team fest, dass entweder zu viel für eine bestimmte Notierung zurückgekauft wurde oder zu viel für zukünftige Notierungen zu Beginn gesperrt waren. Und dadurch haben sie dann den Überschuss geburnt, was dann eben letztendlich diesen 14% entspricht. Habe ich jetzt zwar auch noch nicht gelesen, ehrlich gesagt, aber das Team wird sich hier auf jeden Fall was dabei gedacht haben. Das langfristige Ziel ist es einfach, den Token wirklich so stabil wie möglich zu halten, um dann das Game eben auch langfristig interessant für die Investoren zu halten. Dann, was ich zum Beispiel auch sehr interessant finde, und zwar wurde Kitty Inu schon gecheckt. Einmal durch Certik und einmal durch Interfine Network. Certik ist die führende Verifikationsplattform zur Untersuchung von Smart Contracts und Blockchain-Ökosystemen. Am 23. Dezember 2021 wurde hier eben das Ganze mal gecheckt und die Bewertung hat dann auch keine kritischen Schwachstellen im Vertragscode gefunden. Damit kann man auf jeden Fall schon mal punkten, denke ich. Und am 29. Oktober 2021, also sehr weit am Anfang noch, wurde hier eben auch durch Interfine Network eine Sicherheitsbewertung durchgeführt und auch diese Bewertung hat keine kritischen Schwachstellen im Vertragscode gefunden. Hier könnt ihr jetzt eben sehen, wie dieses Zertifikat aussieht und dass da eben nichts gefunden wurde. Dann schauen wir uns als nächstes mal die Roadmap an. Und zwar sind wir hier schon relativ weit. Wir befinden uns aktuell in Phase 4. Diese drei Phasen sind eben zu 100% abgeschlossen, wie hier auch schön dargestellt ist. Über 30 Millionen Marktkapitalisierung wurde auch schon erreicht. In Phase 4 soll jetzt dann eben auch der Kitty Card Start kommen. Also das Game soll letztendlich releasen. Es wird eine Marktkapitalisierung von über 300 Millionen angepeilt. Es soll eine große Influencer-Werbung auch geben. Also klingt auf jeden Fall richtig interessant. Ich denke, dass hier wirklich auch gute Arbeit geleistet wird. Das Trading-Volumen der letzten 24 Stunden lag beispielsweise bei 87.000 Dollar circa. Man darf natürlich nicht vergessen, der Token ist noch extrem unbekannt. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das Projekt wirklich auch wachsen wird noch. Spätestens, wenn dann wirklich auch die NFTs kommen und das Game dann released, werden einige darauf aufmerksam werden. Ich denke, jeder von uns hat gerne früher Mario Kart gespielt. Wenn man jetzt auch noch Geld damit verdienen kann, wäre das natürlich klasse. Einige Partner sind natürlich hier auch schon an Bord. Und hier könnt ihr jetzt noch einige News über Kitty Inu lesen, direkt auf der Webseite. Ihr könnt Kitty Inu bei Instagram verfolgen. Ihr könnt in den Discord-Server gehen, bei Twitter und so weiter. Also ich denke, da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Was ich schade finde, ist, dass ich zumindest jetzt nichts über Steam finden konnte. Ihr wisst, ich bin eher der Fan davon, wenn ich auch wirklich was über Steam nochmal lesen kann, bevor ich da in irgendwas investiere. Das muss aber wie immer auch nichts heißen. Das Projekt sieht wirklich real aus für mich. Aber das ist so ein bisschen meine kleine Einschätzung nochmal. Ansonsten gefällt mir das Projekt richtig gut. Ich werde es auf jeden Fall beobachten und kann mir auch gut vorstellen, dass ich auch investieren werde, wenn dann das Game wirklich auch rauskommt. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Lasst mir gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns im morgigen Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.